Jemand So, jetzt müsste er live sein, oder? Ja, jetzt, das passt aus. Okay. Ich glaube, der DX-Force ist noch drin, wa? Den müsst er raus machen. Mach halt raus. So, jetzt machen wir hier eine Runde Werbung. Auf geht's. Werbung? Werbung. Und da ich codire, klappt das Ganze halt nicht. Weil wir, wir suchen. Aber mir kommt irgendwie im Moment nichts. Das ist noch ein schwarzer Bildschirm. Das nochmal, ja? Ah, kurz auf Facebook posten. Ah, er ist, äh, 15. Einsenden. Loki-Stream. Ne, ist aber kein Force drin. Weißt du, wie oft ich diesen Stream da schon eingesendet hab bei Source-Junkies? Die ignorieren das ganz, ganz eiskalt. Okay. Und jetzt kommt noch ein beleidiges Wort daher. Ich hab's noch. Ich hab's noch. Ich hab's noch ein beleidiges Wort daher. Wundern. Das sind zwei Source-Junkies. Die ignorieren das ganz, ganz eiskalt. Bei mir geht das immer noch nicht, ne? Immer noch schwarzer Bildschirm. Klar geht er. Ist ja 60 Sekunden Delay. Jetzt kommt das. Jetzt muss er live sein. Ja. Ja. So, jetzt muss ich jetzt. Wow. Muss ich hier noch. Dann der Falk schon wieder auf dem Stream. Weil ich hier nichts vor ist. Ja, da kommt Färbung. Ja, aber ich hab's überhaupt gesagt. Eigentlich sollte das Movie da laufen. Aber das klappt grad nicht, weil ich kodiere. Da kann man das nicht abspielen. Wie heißen die Typen Highskiller oder Pirates? Ja, Highskiller. 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 Spiel starten. Auf geht's. Highskiller. Jo. Mein Ziel ist es, drei Leute zu neifen. Rotz. Schaffst du niemals im Leben. Dein erstes Ziel heute hast du ja auch nicht geschafft, fünf Minuten zu duschen. Locker. Ja, das war, weil ich zweimal auf Klo war. Ja, ja, war's gemacht. Ja, 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 jetzt kommen die Ausreden. Marco überhaupt noch Tag? Oh, lebt's schon. So. Andere fehlt. Ich komm sofort. Ich muss grad mal kurz noch gucken. Er ist immer der Letzte, das weiß ich noch. Er ist das Letzte, ja. Das weiß ich noch. Ich muss es machen, ob das alles richtig ist. Ja, sieht richtig aus. So, was war Passwort? Das ist natürlich... Das ist sehr schlau. Record. Dreimal neifen. Ja, das hab ich mir auch grad gedacht. Das ist halt extrem schlau gewesen. Kann man's gleich wieder ändern. Ja, jetzt kann man's ja direkt ändern. Nur hast du da ein bisschen Delay. Ja, dann ändern wir mal. Ändern wir mal. Sag's mir dann bitte nochmal. Soll ich dir sagen? Passwort steht Pizze. Ey, die IP steht in den Comments. Was labert ihr? Ey, aber das Passwort doch nicht. Ja, das Passwort steht auch in den Comments. Wie sollen da Geatner Connected sein? Über Hallos oder was? Ich dachte, ihr habt ja alle in Friends. Das ist doch eure Liga. Ja, die Blizzard hab ich immer in Friends. Erinnerst du von dem Wert noch? Wir gehen nochmal das Passwort nochmal zurück. Ja. Ja. Was ist das Passwort? So. Oh, es laggt aber leicht, Alter. Videocodieren, streamen und spielen gleichzeitig ist... Fire in der Höhe! Fire in der Höhe! Show FPS. Oh ja, es tropft sogar auf 150 FPS runter. Wenigstens hast du so viel. Wir sollen dich ruhig Zeit lassen. Bis dahin ist mein Video fertig. Alright, let's move out. Oh, wie voll die jetzt bei dir aussieht? Fast bessere, klar. Die kannst du gar nicht haben. Das ist nur eins anders. Was? Was geändert? Auch nicht. Was bei wem bei, wo was drin ist. Ist das woanders? Ja, beim Stream. Ist das woanders geändert? Ist das woanders geändert? Ich weiß doch nicht, da wo sie ja gerade fassig ist. So sieht gut aus. Ja, so sieht so ein Geänderrad, das war die Karte an sichert. Ich kann das auch. Ja, das auch. Minimal. Ja, Huka, das sieht gut aus. Ich hab grad nach oben gekrought. 機ab. Na. Nee, ich hab grad nach oben gekrought. Näch. Nee, ich hab grad nach oben gekrought bei dieser Blizzard keinen Weiher machen. Okay, let's go. Hauptsache, wir fangen nicht an. Ich würde gerade sagen, oder? Bist du mit Wind in der Klasse oder eins oder was? Ja. Ekelig. Ich kann damals auch nicht. Man sieht es halt nicht, wie die Anführungs-Klasse erinnern kann. Ich stehe null. Das ist ja einfach komplett kaputt. Die nächste sind die Nate jetzt alle, glaube ich. Außer mal benutzen, dann gibt es zwei. Oder ich. Wo sind die ganzen Naps hin? Biss ich nicht. Die brauchen halt einen 3-Atom in der Ecke. Coole Typen. Idioten, ey. Okay. 3-U in der Höhe! 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 Hallo, hallo! Auf geht's oben! Ich will mal Kicklein. Ich will mal Kicklein. Ich hatte meinen Liss-Black um 0 Uhr. Wie ist denn um 0 Uhr? Der ist einmal so festgelegt, wir sind nie geändert. Warum ändernst du das? In der Box einfach auf 6 Uhr morgens? Obwohl, selbst das war schon mal bitter. Mach lieber auf 8 Uhr morgens. 6 Uhr morgens kann schon mal passieren, dass man auf den Fahrer fliegt. Ja, z.B. Da würde ich einfach direkt vom Spiel neu machen, weil das könnte schon mal 4.5 Stunden da. So eine Pause mit Einflügen dann auf jeden Fall. Vor allem wenn ich das im Proton-Spiel. Ich teste ein Fremdreuer-Zug durch Motorrad-Türmer. Da kommen 15 Leute zu, wie... ...witz in die Fremde. 1. 4. 4. 4. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 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 6. Was ist denn mit dem letzten? Was ist denn los? Wo ist er denn? Na, in der Halle oben Halle oben Ey, die sind so behindert Ja, die auch Das sind die Böse, und dann haben wir die Böse, und dann können wir uns aufwärtsfahren. Das ist die Hälfte. Die Böse ist gegen den Abstand, ich weiß nicht, wer hat das ausgedrückt. Ich hab die Böse. Das ist die Böse. Und jetzt DX-Level. PC-Props, Wire, verwirrt, DX-Level. Aber der Force hier ist deaktiviert, also man kann nicht eben DX-Level connecten. Oder einfach Lars. Oder er ist einfach ein Lars. Oh, ich hab das gerade umcodiert, das Video von vorhin. Es sind einfach 2,7 Gigabyte, ich hochladen darf. Ach du Scheiße. Oh, er drängt mich. Der Connected, ey. Ah! Blizzard! Nein, I'm blind. Alright. Jetzt zählt er aber im Blick, oder? Nein, nein, noch nicht. Oh, 3. Ja, das denk ich aber auch. Nur 3 in einer Runde schaffe ich. Herausforderung. Nein, nein. So was machen wir in EMS-Quali. Alles klar, okay. Gute Idee. Ja, stell dir mal vor, dass es klappt. Dann haben die nächsten zwei, dass es kein Bock noch spülen. Guck mal, Lars, guck mal, Lars. Kannst du sowas? Wow. Mit der Mausbeschleunigung. Ich will das denn erst mal. Einmal mit dem Mauspad. Was, langsam? Langsam, ja. So lang. Das ist doch die Mausbeschleunigung. Langsam, warte. Okay, schaffst du. Ich mach noch weiter. Langsam ist ne halbe. Schnell schaffe ich fast. Ich schaffe drei Viertel. Schnell. Anderthalb Bestand. Ich schaffe. Bist du mehr als ne halbe Drehung. Schnell schaffe ich. Anderthalb. Hat das jetzt der Kerl? Der Kerl. Der Kerl. Ja. Ich mache ihn. Ich glaube, wir brauchen drei Stunden Deutsch. In den ersten drei Stunden. Marco, bist du also noch da? Ja. Hä? Warum bist du so? Du hast den Hedger durch den Kompass gegeben, hast du bekommen. An dem? Du hast hier nur diesen Werbescreen. Was ist denn da? Werbescreen da. Habe ich hier gerade umgestellt. Das müsste man gleich wieder... Ich habe eben nicht geguckt. Ich habe es jetzt noch nicht an. Aber eigentlich. Oh, ein CSS-Coaching. Ein neuer Versuch. Ja, ja. Das dauert aber noch. Nur zwei Minuten. Werbescreen. Was ist der von Dx-Serve? Weiß auch nicht. Der Dx-Force ist auf dem Null. Wir haben jetzt nachgeschaut. Dieselbe. Ja. Äh, jetzt geht's wieder. Was sch... Ich weiß nicht mal. Was labert der? Was labert der? Das habe ich wahrscheinlich versucht zu ändern vorn. Weil jetzt irgendwie... Wie weiß ich. Und jetzt hat er zwei Maschinen erwehrt und dann geht auch nichts. Dann geht's schon. Ja, da haben wir zu. Es löst sich einfach auf, das Holz. Bei CSGO fliegt er es dann raus. Der ist hoch. Hast du die Tür zerschießen? Das ist ein Sinn. Das ist voll cool. Was soll das in der Hand... Äh, in den Bücken? Die ganze Zeit ist ja mal los. Nimmst du die, schließt erst mal die Tür auf. Kannst du die Flashes durchschießen? Ja, dann hast du erst mal Atomkraft. Ja, dann hast du erst mal Atomkraft. Ja, das ist natürlich geil, ne? Du drehst dann ein Rädchen, dann machst du Boom. Das ist das. Müssen wir die Bombe legen auf Nuke? Du kannst dir jetzt quasi das Ding jetzt ziehen lassen. Ja. Was kann man denn hier? Ich hab so einen Spot auf das Game. Wärst du den geil mit einer Scout erledigt da außen? Ja. Ja. Wär ich ihn mal. Ey. Ich bin immer noch nicht, oder was? Nein. Ich hab ihn gehört. Er ist hier irgendwo. Jetzt hab ich gesehen, wie André zeigen wollte, wie man die Tür zu haben. Der Typ geht mir auf den Senkel. Hose schon. Die hier. Ich schlafe gleich ein. Lars, das fehlt noch nicht. Ich nehme. Was war's? Ich schnappe schon mal die Auflösung hier auf. Lars, schnappen. Es kann doch nicht so verschissen schwer sein, Mann. Die ist wieder. All right, let's move around. Okay, well. Was ist denn das Argument? Fire in the hole! Fire in the hole! der trick auf c die seite los was war da los Was ist das, André? Oh, er hat rektet. Wenn er es jetzt nicht klappt hat. Okay, ciao. Okay, let's go. Was ist das? Er schreibt echt an, wenn er zu Hause krank ist. Ich hab noch nicht geschafft, ne? Hi, ich habe ehrlich gesagt nur Plan von WM zu unseren Anbietern. Ich möchte einen Server für WM zu holen. Wichtig ist, dass alle Fehler da zocken. Und nur geht's mit Paper Cycle. Es geht mit dem ersten Server nicht. Ja, es geht mit dem ersten Server nicht. Ja, es geht mit dem ersten Server in DMT. Ich bin meistens auf die Gegend, aber es wird ein bisschen scoffen, oder? Ja. Boah, er hat's geschafft. Ich glaub's nicht. Knife! Muss man eigentlich die Waffe hier droppen? Dieser Liga hier auch? Das heißt, ich kann jetzt einfach mir drei Leute schnacken, ne? Einer kommt per Bane. Ab ihn. Ab ihn. Ab rein. Oh, hinter euch. Oh, hinter mir. Oh, hinter mir. Mich hat er getroffen. Oh, ich will. Rekord. Hey, was war denn jetzt? Hey. Ab ihn. Auf geht's. Manchmal Rampe. Ach, gut, dass sie nur seit 10 Minuten gehen. Rampenverschieber. Wer ist nimmer? High-Skiller. Ja, ich hab dreimal Leid. High-Skiller. All right. Let's move out. Doch, einer noch Kit. Moin Marco und das Kit. Sehr gut. Positiv Flash. Marco ist angenallt. Ich hab gehört, dass die alle außen kommen. Einer down. Das ist... Oh, Blizzard hat auch ein Ultra Head-Or bekommen. Blizzard ist meiner. Neidee. Welcher Pieser? Der Pieser ist halt weggerannt. Der Jude. Nein. Da ist das schön. Der Jude. Boah. Okay, let's go. Wat? Quacks. Koloss. Whomlad. Etteисл. Radius. Schwe Russia. Well, good losses. Türrahmen und Würmchen. Probable Türrahmen. Letzte Würmchen. Komm und arribeln. Thürahmen durch. Komm her in Ordnung. Irgendwann wieder Pricekill. wieder rein ja direkt fürs weg warte ich flasche wer ist mit der Rava Ampel drauf warte wo warum ist das nicht anrichtet auch schon der Ampel sein oh man ey der geht Ampel ab? ne vorum vorum komm Pompf oh Messer werfen aber echt man ich hätte ihn halt hinein aber dürfte halt nicht ich auch aber er kommt halt nicht hoch es gibt doch noch U in der Ace und da ist Cat ah mal die Katz versteh ich vorsicht mal die Putze fire in the hole fire in the hole nein man wieso ist denn der low ich hab zwei Degel Schüsse gemacht nein mach Würmchen fire in the hole dreimal tot respekt schaff ich auch drei Knives könntest auf die Seite der Gegner gehen fire in the hole fire in the hole fire in the hole fire in the hole ja ist er down sehr freu noch einer Würmchen angebeißer Tür Würmchen Würmchen drin da ist ein Würmchen drin da ist ein Degel da ist ein Acht nicht da ist ein Acht nicht auf T da fire in the hole fire in the hole die haben eine Smoke warte Max du hast keine Ahnung außen außen der Headshot 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 negative ok lets go noch ein Life noch ein Life Rosi war es mit deinem Ping los oder was nicht kein Mist heute ach dein Ping hat keine Lust fire in the hole fire in the hole fire in the hole einer schon weg oh der schießt fire in the hole der wollte es ja gerade fire in the hole Würmchen schießt noch ein Ding fire in the hole schießt aus jetzt drehen wir es weg oh Mann du kannst halt an dem dunkles Eck vorbei da war Todesbüter der ist einfach nachgefunden ich? schöne Flash enemy down roger that heads fire in the hole flash rampe eine Radio radio roger in the hole fire in the hole fire in the hole wake up da hat die Tür aus ah nein keine Ahnung was mich hier wieder nachgestellt putz übentspone einer außen außen da unten warte ich noch einer bei dir Einer Pommes, einer Halle, glaub ich. Mit dem Schacht, mit dem Schacht auf. Unten andere. Aus, wo sie nach vorne macht, ne? Schacht on. Jetzt ist er durch den Rappel gegangen, glaub ich. Oder Kett. Oder aus. Max, links vorm Schacht, links vorm Schacht, Max. Max ist total überfordert. Nichts so richtig. Richtig, normal. Ich würd ja mich in die Erdnerschaft stellen, weil da keiner herunterkommt, Max. Ich hoffe, dann bin ich da runter. Start. Raus. Unten. Oh, schön! Sonderapplaus, erstmal. Aaaaaaah! Get down! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Ich bin außen-außen los, arbeite mich dann von vorn. Das ist keiner außen. Was soll sowas? Wir wissen gar nicht, wo außen ist. Bodycheck! Bam! Ich bin außen vor. Nice man, Knife gleich ein. Stimmt. Wollen wir aufs Geld rücken? Wollt ihr außen vor gehen? Ich flashe Tether? Ich bin außen vor. Keiner Radio. Warte, ich flashe gleich Tether. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Tether ist zu fein. Boah, der hat Tether geflasht. Ja, Tether ist zu fein. Ja, du hast den Kerbel geflasht. Hä, was hat denn hier gespielt? Komm jetzt her, komm jetzt her. Oh nein. 3 vor, 3 vor. Komm ist raus. Also 2 noch low. Komm nicht an der Rampe. Jetzt die beiden low. Oh, haben wir unten. Der hat 22. Das ist einfach, sowas ist schon richtig gut ausgespielt. 6 Runden? 7 Runden, 6 tot. Wie? Was ist denn passiert in der 1 Runde? Einfach nur schlecht. Was ist denn passiert in der 1 Runde? Kann Mami rein? Kakao wurde geblasht. Ne, da wurde nichts falsch gemacht. So. Einer Runde. 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 Römmchen. Einer Runde. Einer Runde. Ich hab den 93 und 88 gegeben, toll, geklaut sie mir. Trotzdem war er nicht tot. Schlecht war es. Eigentlich muss ich bei mir bedanken, dass du die Messer im Dorf hast. Einfach alle stehen. Jetzt rascht der Kanna, ich fokke ab. Ja, ich fokke ab. Jetzt fokke rein. Ausbau, oder? Zilter. Ich fiel da durch den Liga-Headshot, ist klar. Durch den Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Schritt in der Halle. Jetzt auch in der Halle, slow. Don't sure. Hör auf, in dem Scheiß bin ich. Nein, ich Halle. Ich Halle. Wir sind weg. Hier alle. Darf ich nicht gehen? Weiß ich nicht. Wir sind weg. Wir sind weg. Schwingst du von mir rum, Alter? Ja, haben wir. Reicht für die. Push wieder, mit Scout. Da war einer. Ach, was ist das für ein Text-Game, Alter? Ja. Oh, mit Boss. Einer geht in Radio. An zum Radio. Main, raus! Was dauert denn? Ja, Marco ist da auch da. Ja. Ja, Marco redet halt nicht. So, jetzt sterbe ich nicht einmal mehr. Wo bist du? Ich liebe. Jetzt sterbe ich nicht einmal mehr. Fuck, du bist zwar eigentlich ein Leger. Eine rübergesprungen. Fliebe in der Hälfte. Okay, ist ja auch fair, oder? Wenn ich das mache. Ja. Aber ich sterbe trotzdem nicht. Main kommt rein. Main drin, ja. Oh, wenn der nicht meine Kralle jetzt spürt ist. Türraum. Der wird meine Kralle spüren, Alter. Der wird meine Kralle spüren. Türraum. Ja! Ey! Das zählt einfach nicht. Das war meiner. Spürt. Das spürt. Was? Das war einfach mein Life-Rack. Wer? War meiner. Ich bin Toast mit Nerde. Und hier erschaffen. Erschaffen darf. Ja. Was ist denn? Im Schacht. Zwei im Schacht. Keine Ahnung. Kommt schon Schacht vor. Ja. Halt am Gefehl. Ah, zwei in der Halle. Einer noch im Schacht. Schacht. Schacht, Bruder. Unten ist gelegt. Schacht, Bruder. Unten ist gelegt. Ich bin total überfordert. Total überfordert. Er lockt sich einfach in die Smoke. Er lockt sich einfach in die Smoke. Okay. Hehehehe. Hehehehe. Weg, manche. Okay, let's go. Schacht. Ich mach mal außen, ne? Deckelt sonst keiner. Doch, ich hab außen. Doch, ich deck außen. Außen zum Auto. Aha. Er geht arm auf. Er ist geil. Hat einfach Dauer vor ihrem Renten gemacht, der Putze. Vom? Egal. Ne, viermal alle. Jetzt hat er einer. Kommt an der Radio. Okay. Ey. Lato! Steht hängen neben dir, du. Achso, ne. Ja, ja. Auf der Pommes. Lato! Letztes haben. Kannst du mal die Schacht? Kannst du mal die HE zeigen, Max? Zeig mal bitte. Mein Trick. Bist du eigentlich immer noch mit dieser Aids-Maus? Welche meinst du? Ich darf den Namen nicht sagen. Gute Mamba, wenn ich's dann ja. Ne, meinst du nicht. Ich hab nie mit einer gespielt. Ich hab nie mit einer gespielt. So, ich spiele das mit einer Maus. Achso. Achso, okay. Ne, ne, ne. Ich glaube, ich weiß nicht. Wenn du die Tobi spielst, oder? Ja. 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 Nimm den Formen. Kann der durchaus sein. Haken. Fiebe in der Haul. Fiebe in der Haul. Ich pushe aus. Wöbe, wie die ne. nur blöd Autos frei Striebe in der Höhe! 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 Kann man Minikett durchratzen? Striebe in der Höhe! Ich werde jetzt aus dem Flying Headshot machen! Oder auch nicht, außen ist nichts! Hey, kann er mal sterben! Ja, aber der ist ja nicht mehr da! Striebe in der Höhe! Ey, ich sehe seinen Cutten die ganze Zeit! Striebe in der Höhe! Striebe in der Höhe! Zwei außen bei 80! Striebe in der Höhe! Was mach ich? Boah ey, angeneift! I promise! Also alle low! Einer noch gerade! Voll! Noch einer! Noch einer! Der hat 35! Die letzten drei sind low! Drei Rampe! Drei Rampe rauf! Weng alle drei! Weng alle drei! Hoffentlich ist der! Hier hinten! Letzter hat 28! Was macht der Typ? Lang rein! Da passt doch ein Kugsspiel gar nicht! Das war ja wohl das Schlechte Team! Wir müssen auch gucken! Der kann ja auch noch legen! Ich dachte grad der schmeißt der eben will dann legen! Und dann rennt der da auch rein! Und weiß halt nicht, dass die Schachtgeber da ist! Doch! Das ist ein kompliziert Ding! Ja! Ich hab' auch nie gemacht! Ich hab' auch nie gemacht! Ja! Ich weiß! Und das Server anbieter! Los! Go! Achso! Hey! Wir haben auch einen leimlichen Sponsor! Ich weiß! Das Sack ist gut! Wenn sie nicht immer abkacken hier! Ja! 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 Ich hab' die Sniper Glock außen! Die Burst-Modus drin! Im Rennen nur Headshots! Ich weiß nicht immer, dass die existieren! Rampe auf! Einer! Loch! Oben Loch! Oh! Meiner! Kleine Kirst! Sound! Mit einer Sniper! Kürze! Ja! Und einer Leider! Was ist das? Mann! Ich hab' auch eine Leider! Mann! 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 Ich hab' 5er B! Ja! Kommt! Mann! 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 Ja, das ist ja schwer von oben nach unten auf den Kopf zu schieben. Richtig schwer. Ja, das ist wirklich anstrengend. Jetzt kommt da ein Main rein, der einer, gell. In der Butze drin, an der Butze dran, in der Tür. Main drin, nix, nix. Geil. Was wär's das denn? Ich bin jetzt rennend in die Türme auf, damit man... Ich komm hinterher. Auf geht's. Auf geht's. Down oben. Nach einer nach oben, das läuft zurückgelaufen. Firing nach oben. Firing nach oben. Lass auf den Loch drohen. Firing nach oben. Firing nach oben. Außen, außen lassen, außen. Main rein. Boah, herr, die Katzen kann ich nicht. Thomas. Max, stirb bitte. Leg doch einfach die Bombe an. Leg, Max. Firing nach oben. Ratsch, du deckst, ey. Du bist ein Scheiß. Fire in the hole! Geom, das weißt du, ne? Ja. Was ist der? Ja, er rennt vor dir weg. Weil er weiß, dass du knifen willst. Fire in the hole! Fuck, ist der überfordernd. Jetzt hättest du ihn knifen können, ne? Ja, wirklich. Das fand ich auch komisch. Das hab ich nicht verstanden. Das hab ich nicht verstanden. Ja, das war's. Du musst du enden das Spiel, oder? Das sind zwei. Das war die ganze Zeit, oder? Das war 13-2, oder? Ich dachte, das war 13-2, aber... Boah, ich flash mich selber, ich nab. Noch einer rein. Party, Party, Party. Party, Party, Party. Über dir. Keine Ahnung, wo die gerade sind. Die wird sich halt nicht angesetzt. Ja, Max ist halt alles. Kennst du nicht die Anlage? Über die Tür einfach? Über dir. Über dir einfach. Über die Tür einfach. Da haben wir vor der Tür. Aber bei dem Ski. Aber bei dem Ski. Durch meinen Behn im letzten Mix. Ich bin eben, das war mega nass. Der eine meinte so... Der ist da, wo ich gestorben bin. Der ist da, wo ich gestorben bin. Und er ist ja stirbt halt. Der ist da, wo ich gestorben bin. Hey, was ist schlecht, eh? Zwei Loch, zwei Loch oben. Einer ist runter gespürt, einer kommt raus. In der Butze! Ah, wunderbar. Das ist ein Ansagen, Alter. Hey. Mach dir jetzt. Du brauchst nicht. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich, ich interpretiere gerade eine Stühweise, was dein Hirn denkt. Ich hoffe einfach nur, krass. Boi, boi, zögern. Boi. Ne, wo guckst du zu? Ja? Ja, ich hab die gerade schon gezwungen. Ey, ich werf hier halt. Die pushen, da ist die zweite Rampe, Alter. Das ist krass. No respect. Einfach reinrennen, ohne Flash und alles. Soll ich Cat flashen? Sie sind... Rampe gepusht. Rampe vor Ort. Cat oben frei. Du hast ja schon gezwungen. Ja, das ist gerade der Pommes, oder? Ja, das ist gerade der Pommes. Über Pommes, über Pommes, über Pommes. 12 AP hat er. Und einer war in der Pommes. Und einer war in der Pommes. Ja, ich hab gerade zu, Marco. Das ist schon mit der Pommes. Der ist da links. Ist schon klar, ne? Da ist schon mit der Pommes. Tönen geämt. Da ist das, das... Das ist ein Lube. Beide. Beide holen es. Bumm, bumm. Der ist der Lube. Der ist doch schlanker Baum. Warum sind die wieder aufs. Ich weiß nicht, ich würde sparen nicht weiter, man. Macht das Spaß. Macht alles gut Spaß. Renn mal vor Butze raus. Renn mal einer Butze raus. Ich flashen das jetzt zweimal. Die werden alle blind sein und du fliegst. Drei Fracks. Wir haben gelb einer. Auf den Spot. Da kommen einfach 3 A's rein. Oh nein. Einer Ding ins Pizza. Was ist denn bitte Pizza? Was ist Pizza? Was ist Käse? Hat er ausgesagt da? Gar links oben oder was? Ja, das ist bei uns Pizza. Pizza. Wie benutzt du das? Bitte, aber bitte. In der Ecke ist Archie und über der Butze ist PR. Ah, kennst du nicht? Das ist einfacher Pro-Aktur-Maschinen dann zu nennen, die dann mal schützen. Versager. Kennst du dich wieder Pizza? Ja, weil du kein 1x-Spieler bist. Ja, weil du kein 1x-Spieler bist. Halle-Rush? Ja. Ja, lass mal mit der Halle-Rush. Also mal mit ABP. Und das am besten, das am besten denen. Komm, wir machen jetzt einfach so, dass die noch 8 Runden kriegen, ja? Kannst du mal raus, dann? Ramp auf. Möchtest du? Wir sind raus. Horres flasht. Alle eingenommen, ne? Ey, ich hab mit meinem Headshot. Das ist nicht in Ernst. Ich bin tot. Kato. Ob es der 1,000 dauernd. Kraft ist hoch. Hach! Schade, Max. Ich bin weg über... Jetzt haben wir Rampen. Was hüpft denn denn so rum? es geht die die nachher die ggl in der eps schreibt danke blizzard die auch gl weim aus ich mach wieder den auflöser die war doch deutlich besser das ist jetzt voll auflöser gesagt das ist ein kein ne wir sind da los was hab ich Samsung monitoren wir noch oder? sicher da bist du auch umgestiegen ne ich hab den Samsung bist du nicht in der Q-Crew? ich hab noch keinen Bock gehabt den mitzuholen wie so warum sollte ich Geld ausgeben? hab doch noch einen da sagt der Richtige der für alles mögliche Geld ausgibt haha so wenn ich ESWC irgendwie preisgeld hab dann ach so ach so für 15 Platz gibt's kein Geld reden danach nochmal aha ja dir ist schon bewusst dass es LAN ist oder? oder? und dass der S-Rack und Riesen sehr gut im LAN waren äußerst gut so richtig gut ja so gut dass ein Mixer gewonnen hat ja sag ich ja richtig gut halt ich mein die man ja auf jeden Fall damit Geld ja ich sag ja seitdem seitdem das Update da ist und die Internetleitung wichtig ist haben wir denen einen kleinen Vorteil sag ich schon und die Schweden du bist auch der Meinung ne? du bist auch der Meinung ne? dass der Ping jetzt hier entscheidend ist ja das ist echt geschrieben Mosi was hab ich geschrieben? wie weh 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 du ja ne 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 weh ne ne n n n n und Marco lacht sich tot weil er selbst so ne Aktion jeden zweiten Tag bringt der Schlimme is ich muss halt selber lachen hihihi Juhl Ich versuche mal noch zu spielen Ich versuche mal zu spielen Ich hoffe Sonst haben es 30 Leute gehört Haben wir jetzt auf oder hast du mehr noch? Ich so gegner Ich spiel nicht Ich spiel einfach zu viert Wenn wir direkt für den Spiel auch noch mit Weißt du? Spielen wir zu sechst 62 Schade Was ist nur los alter? Echt denn wir nicht im Inprint? Wer redet da? Gut 63, ich wart noch 2 Runden dann geschlafen Ich hab jetzt mal ein Muss eh um Andréchen morgen da sein 9 Uhr Das heißt Wie? Wo da sein? Studieren tue ich André? Nee Das ist auch unglaublich oder? Ich hab's auch geschafft Nie im Leben, was? Bauingenieurswesen Was? Dein Ernst? Auf Lärm Nicht dein Ernst Doch Ach du Scheiße Dafür fühlst du dich in der Lage? Weißt du was da auf dich zukommt? Ja Er weiß das glaube ich wirklich Echt? Was hast du in der ersten Messe? Hast du schon Statistik? Nachhilfe von Max kommt aus Statik? Statik hab ich ja Ich kann dir alles vorlesen was ich habe Was kriegst du noch? Statik ja das wird schon Spaß werden Statik sortiert schon aus Hast du E-Technik? Nee Astruktionsgeschichte hab ich Bauinformatik hab ich Baustoffe hab ich Baukonstruktion hab ich Mathematik Statik logischerweise Arschkarte Das ist schwer Dann Dann Mechanik eigentlich auch haben Ne Dann hab ich Mathe logischerweise Vermessung Vermessung, Baustoffe, Bauinformatik Was ist Bauk? Keine Ahnung Usi wird bei Mathe erstmal die Augen aufmachen Wenn er Bei Mathe Zeichen die du noch nicht gesehen hast Bei Mathe bin ich jede Woche bei Max Ja da bin ich schon ab nächste Woche Mathe ist auch genial Ich bin nächste Woche verreist zum Glück Kann ich nicht Ich hab mir halt Ich hab mir halt vorgestern E-Technik angetan Das war ein Genuss Wird schon Fakt man Ich hab schon gesagt, wer studiert was richtiges oder gar nicht E-Technik, Alter E-Technik hat Bock gemacht Und vor allem irgendwas was mit PC zu tun hat Oder mit Design was ich hätte machen können locker Hatte ich keine Lust drauf Ich hab nur 20 Tagen Ich hab noch mein Leben lang am PC sitzen Ich hab nur noch am PC verbracht Ich darf jetzt erstmal 2,7 GB hochladen Wieso ist das eigentlich so beschissen viel? Ich mach in sie aus Ich kriege eh nix Gute Nacht Lars Ich geh schlafen Oh